Ja, passt. Ups. Lootbox! Achso, wir sind by the way in der Aufnahme. Hi Freunde, hier ist euer Mofer. Ähm, ein bisschen Unfall. Ach, komm schon. Silber, Silber, Silber. Blau, Silber. Ja, hi Freunde, hier ist euer Mofer. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, wir sind heute bei der Ausnahmsweise mal bei einer Runde Overwatch. Mit dabei ist der Korki, wie ihr vielleicht sehen könnt. Hallo. Ihr müsst auch ein bisschen entschuldigen, ich habe ein bisschen Skill-Loose, denn ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich gehe es einfach mal so spielen. Wir sind by the way im Ranked-Modus und wie ich sehe schon, wir haben hier 1, 2 DPS, den dritten, der wechselt jetzt gerade und ich nehme dann einfach mal einen Tank. Ich probiere es mal mit einer Zaria. Ich habe die letzten paar Tage, oder was heißt die paar Tage, in der letzten oder vorletzten Woche hier ziemlich hart mit ihr gedrückt, deswegen war es eigentlich gar nicht so schlecht. Kurz ein bisschen Kopfhörer. Korki. Ja, bitte. Ja, okay, dann passt. Ja, meine Ingame-Sound ist ein bisschen leise wegen... wegen diesen dämlichen YouTube-Zeugs. Denkst du dir gerade, oh mein Gott, hast du das wirklich nicht gesagt? Wirklich nicht, aber halt. Okay, by the way, wir spielen auf Ranked, ich weiß es gar nicht. Also ich bin Ranked 1100, ich bin ziemlich hart gedroppt. Ja, wir sollten vielleicht nicht... Ne, wobei, Hygron war es letztes Mal eigentlich gar nicht schlecht, ne? Aber vielleicht... Haben wir... Moment, ich muss ein Team-Chat. Haben wir ein Soldier? Ne, wir haben eine Kree. Okay, ja, top, sollte regeln. Ich werde hier oben hoffentlich einigermaßen halten, ne? Also ich bin jetzt keine Pro-Zarie, aber meine Maus ist auch so langsam heute irgendwie. Ich habe die vorhin umgestellt wegen... wegen The Last of Us, was meiner Meinung nach wirklich ein totales Schrott-Game ist. Also ich weiß nicht, was Kaki dazu sagt. The Last of Us? Also ich finde... Ja, das Zweite. Wie das Zweite? Äh, äh, nicht The Last of Us, äh, Outlast natürlich. Die haben eine Farrah. Watch out, Farrah. Farrah bei mir? Alles gut, die Keile. Alles gut bei euch? Ja. Ich glaube, unser Affe ist nämlich defekt. Die sind immer noch vier. Die sind immer noch bei mir rechts oben. Farrah Discarded. Von Oldbomny. Farrahs rechte Seite. Jemand ist auf dem Spot. Behind Side. Farrah Discarded. Eine Anna haben sie. Anna, Right Side. Komm schon, komm schon, komm schon. Farrah wird geboostet von Mercy. Das stimmt gerade nicht. Alle zum Punkt. Ich hole mir Mercy. Ich probiere es zumindest. Wir brauchen Mercy. Oh, wir haben heftige Probleme. Oh, ich habe auch heftige Probleme. Ich bin tot. Wir haben den Spot verloren. Definitiv. Ja, Farrah macht das Game. Was hatten wir vor als DPS in Torpion? Ja, guter Wechsel. Ja, ist zu spät. Hatte ich jemanden angeschossen? Nein, ich bin erst am Spawn. Nein, die Sephira, die ist meiner Meinung nach einfach viel zu OP. Ja, die wird gleich. Schön, dass das Gott. Sehr schön, der ist down. Die probieren auf Mercy zu gehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Roadhog bei mir. Ja, die sollen da nicht. Sollen da nicht scoren. Der ist discordet? Affe. Ja. Affe tot? Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich habe Ulti. Der geht auf mich los. Alles gut. Ach, du Kacke. Ah, f***. Ich habe Ulti. Wir hatten Ulti bereit. Soldier. Soldier, are you ready for Ult? Or on McCree? I can, but not now. Ja, I'm on the spawn. I got Ult with Saria. Yeah, regroup them. I'm ready. I'm ready if you are. Yeah, I'm ready. Oh, okay, I'm not ready. Sorry. I have to walk, but I'm in a second there. Wait, we have to kill Ultiara first. Roger. She's dead. I'm dead. It's alright. Mercy dead. Mercy dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Black down. Watch out. Ana is upper. Low HP. Low HP. Farah, high ground left side. Farah down. Farah, high ground left side. Good, hinter dir is nothing. Lothar coming, behind. Mercury on payload. Nein, 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 nein. Komm schon. Ich schlafe. Behind. Wo sind die Farah? Das weiß ich nicht. Die überrennen uns gerade ein bisschen. Farah down. Daddy, healer sind gerade, das Problem. Rudolf, I'm coming. Still alive. Evgenet heal. Go back, guys. Go back, go back, piggy. Thanks. Go, mercy, mercy, mercy. Ich hab mein... Komm schon. Ich hab meine Ultis vergessen. Ja, ich musste leider auch meine Ulti waste. Ja, ich hätt meine Magnus sollen gegen Farah. Ja, er hat Ulti gemacht. Scheiße. Die Stunde hat geschlagen. Ja, aber ich komm langsam wieder rein ins Game. Die überrumpeln uns zwar so ein bisschen, aber es geht eigentlich. Ja, sorry, Magree, I wasted my Ult. No problem, der Farah ulti tut mir. Ah, fuck. Okay, das wird ein schweres Match. Ich weiß nicht, warum sie uns überrumpeln. Alter, dieser Magree hockt halt am Spawn und killt mich die ganze Zeit. Ja, er war bei mir auch jetzt gerade so. Er hat noch vorher Mercy weggerackt. Okay. Wird interessant, wird interessant. Wie viel Zeit haben sie denn noch gehabt? Ah, genug. Die waren relativ schnell, ne? Ja, das Spiel ist durch. Ah, das würde ich nicht sagen. Ja, pass auf. Was dir jetzt für eine Scheiße spielen? 3 DPS ist einer zu viel. Get a healer, guys. Ey, warum höre ich dich trotzdem doppelt? Ich habe dich auf muten gemacht. Weiß ich nicht. Vielleicht musst du mich nochmal in Freundegruppen, musst mich in der Gruppe muten, glaube ich. Also rechts dann, oder? Als Gruppe, Gruppmannführer, Karriereanzinn stumm schalten. Probe ich es nochmal, sag mal was. Hallo? Ja. Ich meine im Game. Ich meine im Game, damit ich höre, dass du doppelt sprichst. Achso, du hast im Game gesprochen. Ja, aber ich höre dich trotzdem doppelt. Ja, ist egal. Ich werde die Tanken besitzen, also nicht weit weg, bitte. Ich werde die Tanken besitzen. Was bedeutet das? Also bitte, Gruppe, um die Tanken zu besitzen. Ich denke mal... Was denkst du, wenn du auf der linksseite Strecke gehst? Mit Orisa und Zaria? Aufstehen ist es normal. Wenn du nach unten gehst, dann wird es eine Überraschung. Also besser unten meint er, oder was meint er? Du meinst, du willst nach unten gehen oder nach unten gehen? Nach unten. Okay. Rechts. Nach Deutschland. Nach Deutschland. Ich mag diese Frau überhaupt nicht. Sie zerriert sich halt echt aus wie ein Kerl, der ich hier total zer... ...quetscht. Oh, sie hat ja diesen Genshi-Scan schon. Sind die schon hier? McCris, rechts, rechts, rechts. Ja, sie haben eine Symmetra. Und Junk. Ja, deswegen meine ich, das Game ist vorbei, weil die nur Scheiße spielen werden. Oh, Scheiße. Ich bin total verkehrt gleich gelaufen. Der Wolf will von hinten gehen. Orisa, du bist allein, bemerkbar. Orisa, du wirst nicht verstehen. Dude, dieser McCree ist vorhanden. Was wirst du nicht verstehen? Hinter uns ist ein McCree. Mercy, behind, mercy! Hey, und dann darfst du dir sowas anhören. Da flippst du ja aus. Scheiße, komm schon. Ja, das war totales Fail. Das war totale Fehlkommunikation gerade. McCree und der Monk ist down. Ja, die Kommunikation ist gut, aber... Wir werden es besser geben. Okay, Dude, wir laufen zusammen. Von Anfang an, wir haben einen Genji und der hüpft halt da nicht mal hoch. Orisa ist da. Dude, bist du oben? Ja. Ist oben frei? Kannst du ihn holen, Sam, bitte? Ich probier's. Der ist halt so lang. Ja, ich weiß, ich bin auch gleich tot. Kannst du ein Schild aufstellen? Ist schon. Ist gleich down. Der ist gleich down, komm schon. Sehr schön. Der ist halt so lang. Sehr schön. Gut, wir brauchen einen Schild. Geh jetzt auf den Spot. Ja, er hat natürlich Boost bekommen. McCree killt mich von hinten weg. Mit der Stuntgranate sogar. Oh mein Gott. Ey, wie viel Damage macht denn seine Stuntgranate? Ja, das war bis jetzt keine Glanzleistung. Fahrer hier. Okay, Guys, regroup, regroup. Farah, regroup. Go back, please. Farah, how far is your old? Okay, my old is ready. Mine too. Ich kann die Ulti raushauen. Junkrat down. Es gibt's nicht. Dieser McCree mag nicht. McCree is long. He is dead. Die haben Teleporter. Der muss halt down gehen. Ja, verdammt, die Symmetra killt mich halt. Ja, alle drei. Sie killt halt drei Leute. Sie killt Genschi, mich. Also, wenn jemand sagt, die ist nicht overpowered. Ja, ich sag, tut es gut, kannst du knicken. Ja, sie hat halt einen 10er Killstreak. Tut, wir müssen uns beeilen. Ich hab noch meine Ulti, vielleicht kommen wir wenigstens noch auf den Spot. Nimm nicht. Ach, die haben Affen. 4DPS, nice. Ganz stimmt. Ja, of course, you can't kill anything, dude. Ja, because I die all the time. Ich hau meine Ulti raus. Affe ist noch da. Also, ich bin halt gleich da. Come on, guys. Come on. Symmetra. Hold on. Hier, dahinten ist der Teleporter. Dahinten ist der Teleporter in dem Haus, wo immer mein Torb drin steht, mein Tourette. Ach, Mann. Ah, fuck. Okay. Kein gutes Match. Wie lange nehmen wir den überhaupt schon auf? Ich weiß gar nicht. Wo steht denn das? Na, 15 Minuten. Das könnte für eine Folge reichen. War zwar eine miese Folge. Aber, ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Folge. Okay, Freunde, ich hab mal gesagt, das war's auf jeden Fall schon wieder von dieser Runde. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, auch wenn es ein bisschen Niederlande war. Äh, auch vielen Dank an den Kaki, dass er mitgedattelt hat. Ja. Danke. Ja. Okay. Ja, es war so klar. Es war safe call, dass Symmetra Play of the Game ist. Okay, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde. Macht's gut. Bis dann. Euer Mofa. Ciao, ciao.